Hallo Leute, geh mal aus dem Bild bitte. Ich kratze meinen Bauchnabel. Willkommen zu diesem wunderschönen Video, das sind ein paar Livestream-Aufnahmen, die entstanden sind. Gemeinsam mit Maxify und den lieben Georg von Krasslassenfahrt. Lasst einen Daumen da oben da, nutzt meinen Creator-Code REWINZEIT, wenn ihr auch ein fettes Gaming-Zimmer haben wollt. Und irgendwann dann auch nochmal möchtet, dass der Georg, ja genau, zurückkehrt dann nochmal, ja genau. Daumen hoch da lassen und REWINZ, ja genau, REWINZ Instagram auf Instagram folgen. Viel Spaß beim Video. Mensch, ja oder Georg, hast du ein bisschen geübt? Ja, ja, ja. Ja, Fortnite, bist du gut drin? Ja, ja, ich hab jetzt auch einen Skin. Ja, hab ich gesehen, wer hat dir den denn geholt, Mensch, der ist ja schön. Weiß ich nicht. Achso. Ich bin ein Zuschauer von dir, glaub ich. Okay, ja, nee, klar, das war ich, aber das passt schon, das ist gerne, also, ja, klar. Da stand irgendwie REWINZ FIGHT oder so. Ja, das bin ich, Mensch, das bin ich tatsächlich, ja. Achso, ja. Ja. Ist ja nicht, nee, ist ja nicht schlimm, also. Nein, 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 gar nicht, nein. Granate, Granate, über den was. Oh, da ist noch jemand, unsichtbar. Oh, oh, oh. Den hast du geholt. Den hab ich geholt, ja. Ey, ich schaff's nicht mal, wenn der da auf dem Boden rumkriegt, den zu treffen, Alter. Hör mal, da hast du mir aber jetzt den Kill gestealt. Ja, hab ich den bekommen? Ja, ja, den hast du dir geholt, du. Ja, aber ich hab ihn auf den Boden gebracht, auf die Knie gebracht. Das ist das Wichtige, das ist das Wichtige. Das Gute ist halt, dass du gerade da warst, weil die neue Pump, ich hab ganz vergessen, ich hab die zwei Headshot gegeben, aber war nur 125er Damage. Ja. Absolute Müllwaffe. Ja. Genau, das verstehe ich noch alles völlig und ich stimme dir da völlig zu, also das war wichtig. Ne, oder? Ja, oder? So, pass auf, wir werden jetzt von der anderen Seite gepusht. Kollege, jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen, weil da ein Sniper. Auf jeden Fall werden wir gepusht. Müssen wir nicht in diesen Bereich, sonst werden wir lebendig verbrannt oder so. Lebendig verbrannt werden wir. Wir werden hingerichtet, ja. Komm mal mit mir? Nein. Und ich bin tot. Du kannst mich doch, du sagst, komm mit mir, du springst da runter, ich springe auch, weil ich denke, dass ich auch so einen Gleiter bekomme und ich sterbe dann. Ich meine, das ist auch nicht das Wahre. Kannst du mich mal irgendwie wiederbeleben oder willst du da weiter wie ein Dummer rumkriegen? Warte mal, ich hab keine Matts. Also ich bin halt wirklich tot, ich krieg hier auf dem Boden rum. Das ist das Ding, guckt mal, Leute, wie dämlich OP diese Waffe ist. Also wirklich, das ist einfach nur lächerlich. Vielleicht kommt noch der Maxify dazu, ne? Wer ist das denn? Ist auch noch ein anderer YouTuber, ist auch ein guter Fortnite-Spieler, sag ich mal. Ja, so wie ich, ne? Ja, genau. Ja, noch bin ich ja nicht gestorben, wirklich, also nur wegen dir halt einmal. Georg. Wer ist Georg? Jamie. Wer ist Jamie? Mit wem spreche ich? Hallo, ich bin der Hans-Peter. Du wirst doch nicht gerade beschossen, kann das sein? Ja, ja, ich werde beschossen, ja. Ja, das ist doch schön, ich werde gerne beschossen. Oh, ich bin tot, ich wurde richtig gesnipet. Und gleich bin ich wirklich komplett tot, weil der mich weiter snipet und ich bin tot. Ich bin Gork. Ah, ich warte mal, bis hier alle sich irgendwo einmischen. Und dann komme ich von hinten und da, guck mal, hier zum Beispiel der Kollege hier. So, der hat damit zum Beispiel gar nicht gerechnet. Manchmal muss man es klug spielen, sag ich immer wieder mal. Sag mal, ich verstehe hier gar nichts mehr, Alter. Muss doch nicht. Das ist einfach, das ist einfach passieren. Ja, 1 AP, ganz genau. Kann ich bei Fortnite auch irgendwo eingeben, wo ich raushören möchte? Ich habe echt gerade, warte mal. Mega, ist das lächerlich, Mann. Was ist denn jetzt im Spiel los? Die haben sich alles komplett verkackt hier, Alter. Was ist denn mit diesen Shadow Bombs und der ganze Müll, Alter? Was für eine Müll-Season. Völlig richtig, ja. Ja, ja, ja. Ja, schön. Ja. Ach, komm, halt die Fresse. Ey, ihr zwei habt aber auch ständig Streit, oder? Wie bitte? Ihr zwei habt ständig Streit, ne? Ja, völlig. Nein, wir haben keinen Streit. Fress mich jetzt, Alter. Was ist denn da los? Sollen wir irgendwie mal connecten? Also, vielleicht soll ich da mal helfen irgendwie? Ich weiß ja nicht. Du, Mia? Ja, euch beiden halt. Mensch, ich bin doch, der in der Psychologie studiert. Ich helfe mir selber. Digga, du bist schizophren. Ich sehe mir von deinen Problemen, Jamie. Nicht jetzt, Alter, ich zockt Fortnite. Meine Fresse. Jamie, ich bin mir bewusst, dass ihr eine Person seid. Das ist ein Jamie. Alter. Georg, mit wem spreche ich gerade? Das ist wie bei... Kommst du hier auf diese Insel drauf? Das schaffe ich nicht mehr. Nein, nein, nein. Ganz knappe Sache, aber leider nicht nein. Aber ich glaube, ich kann mich hier hochwürgeln. Nee, 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 warte, warte, warte. Komm, wir gehen doch woanders hin. Wir gehen woanders hin. Was ist denn da los? Komm, da runter. Komm, da runter. Das Gegner. Ich bin nicht da oben. Komm zu mir. Komm zu mir. Ich bin hier. Ja, Mensch, Jamie. Äh, Georg. Ich bin voll auf LSD, Bruder. Ja? Nein. Warte, was haben wir denn hier Schönes? Alter, der Popcorn! Alter, was ist denn hier los? Junge, ich habe meine Tabletten nicht genommen. Welche Tabletten? Weiß ich gar nicht. Heroin oder so. Heroin kommt meistens in Tablettenform, oder? Aber mein Bruder ist das schrocken. Nee, wir wollen ein bisschen Mats fahren, Alter, weißt du? Boah, Junge, Alter. Dieses Mikrofon ist auch so Cancer. Hast du ein vernünftiges Mikrofon? Ja? Hast du ein Headset an? Weiß ich gar nicht. Ist es jetzt besser? Alter. Ja? Ja, hallo? Boah, Alter, Traum. Ja, ist traumhaft, oder? Das war die ganze Zeit dieses Mikrofon von meiner Webcam, glaube ich. Ja, das habe ich gehört, Alter. Ja, schön. Und jetzt habe ich so eine richtig schöne ASMR-Stimme, nicht? Ich dachte... Alter. Ich dachte, du hättest kein anderes Mikrofon. Alter, das war doch bestimmt richtig Cancer, die Qualität. Alter, was mache ich denn hier? Komm mal, lieber da runter, Kollege, sonst wirst du gleich gesniped. Ah! Ah! Was denn? Oh mein... Von wo? Von wo was? Bist du tot? Ich werde beschossen von irgendwo. Ja, ja, ich bin aber auf dem Weg. Ich werde jetzt jemanden abknallen. Digga, sind diese Pump ganz Müll geworden, Alter? Ja, komm. Komm. Beeil dich mal. Einer von denen ist super low. Drei Schüsse und er stirbt nicht. Hinter dir. Über dir. Von allen Seiten. Hinter dir. Komm jetzt durch die Tür rein. So, Georg, pass auf. Du gehst jetzt vorsichtig hier hin, in die Mitte. Rechts von dir, rechts von dir zu diesem Van. Lass die Gegner in Ruhe. Lass die Gegner in Ruhe. Du siehst die Gegner nicht. Die sehen dich nicht. Bau nicht. Geh zu diesem Van hin. Geh direkt vor... Geradeaus von dir. So, jetzt hockst du dich da hin. Hockst dich da hin. Du kniest dich jetzt da hin. Hinter dir ist ein Gegner. Knie dich an den Van. Okay, du bist down. Egal. Du bist tot. Sag doch was. Ich hab die ganze Zeit etwas gesagt. Ach so. Hallo. Hallo. Hier bei uns. Oben, oder? Der hat aber gesessen. Der hat aber eine Schelle kassiert. Das ist eine Shotgun jetzt mittlerweile. Weißt du, was ich meine? Wie schade macht denn die eigentlich auf den Kopf? Keine Ahnung. Hat auf jeden Fall alles gemacht. Also, hat auf jeden Fall gereicht. Lost, boy. Ich hab ihn nicht gehittet. Kein einziges Mal. Hab ich gemerkt. Absolutes RIP, Digga. Ich weiß nicht, was los war. Keine Mads. Keine Mads. Same, Bro. Das war risky, aber worth it. Das war auf jeden Fall ein nicer Bait gerade. Einmal rüber gehen und von hinten kommen. Genau, richtig. Neue Season ist Trash. Ja, schon, schon. Ich fühle sehr, was ihr sagt. Was ihr denkt, was ihr fühlt. Das ist jede neue Season Crash. Aber dann kriegen sie es irgendwie zum Ende doch noch so ein bisschen hin, weißt du? Ja, und dann machen sie es direkt wieder kaputt mit der neuen Season. Ja, es ist dieser ewige Horrorkreislauf. Es hört nicht auf. Es wird nicht besser. Hier sind welche. Hilfe. Hilfe. Was geht jetzt ab? Hallo, ich will die Munition haben. Hallo. Hallo. Wo ist der? Im Süden, beide. Also, wir rennen nicht schlau, wenn wir pushen. Wenn wir eh in die andere Zone gehen. Alles klar. Egal, wir brauchten eh Jahre, bis die hier oben sind. Halt einer hoch. Ist der in deine Fahrer gesteppt? Oh nein, du baust mich ein, Bruder. Ich bin so lost, Alter. Was soll das? Gehen die weg? Die Zone kommt halt, ne? Ja, lass es da umgehen. Laufen uns noch. Ich hab leider. Ich hab einen, glaub ich, getötet von denen. Hier fliegt noch jemand. Zwei Hits von mir bekommen. Hier vorne. Das geht noch über mir. Was denn? Unter mir auch noch einer. Hä? Oh, lol. Als ob, Dinger. Cool. Aber klar, dass es jetzt auch nicht bei uns ist. Können wir gleich snipen. Oh, nice. Double-snipe. Da einen Hits bekommen von mir, der eine. Habe ihn. Haben wir einen down? Oder eher nicht so? Ne, ne, komm, lass uns safe gehen. Vor mir? Habe ich. Ah, Digger, nice. Sehr schön. Hast du ihn noch bekommen? Ja. Den wir jetzt hast du? Zehn. Zehn, sieben. Ja, schön. Immerhin eine vernünftige Runde, Alter. Let's go, Alter. Einer ist bei dir unten im Haus. Ich gehe da nicht zu dir. Weil ich da unten reinlaufe, sterbe ich direkt. Gehe zu Red hierhin. Von der Waffe. Nicht sterben, ne? Habe ihn down. Bei dir ist alles gut, oder? Ja, ich bin von der anderen Seite halt schon gepusht, ne? Also geht's, ne? Ja, ja. Mr. Maxi, was machen sie da? Von mir runter ist einer. Boah. Oh, wow. Das war bei W-Kee des Todes hier. Alles gut gewesen. Solange du wild bist, oder? Oh, Manu, du hast ihn dir geholt. Du Schwein. Hast du beide geholt? Si, si, hombre. Was ist das hier? Hä? Hm? Ich weiß nicht. Hä? Hä? Ja, wie groß das hier einfach ist. Bestes Haus, Alter. Hä, dieses Krüppelhaus, wo nie was drin war. Ist das jetzt? Ja. Junge, wie viel? Ist ja riesig hier unten. Ich hätte so gerne Shotgun. Ach, warum auch eigentlich nicht? Denn die Shotguns, die braucht man nicht. Ich hätte gerne Minis. Und ich hätte gerne ein paar Freunde. Ja. Ja. Sad life. Oh mein Gott, man kann ja so Treppen bauen. So Rampen, um irgendwo hochzukommen. Das haben die neu, oder? Ja. Muss neu sein. Habe ich vorhin noch nie genutzt. Keine Ahnung. Ich baue halt wirklich wie ein Bot, wa? Deshalb, also. Man müsste wieder Gegner finden. Ja, das ist irgendwie so wack. Ich hole ihn mir. Ich hole mit den Noskin. 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 Ich habe den Noskin. Puh. Müsste noch irgendwo einer sein, Dude. Unter mir ist einer. Oh mein Gott, ich glaube, mein Game ist gefreezed. Hallo? Du fliehst in der Luft bei mir. Ja, mein Game ist freezed. Ja, Leute. Season 9. Das, äh... Das ist... Das... Ja. Season 9 ist gut aus folgenden Gründen. Es gibt sehr viele gute Shotguns. Die Performance ist toll. Neue Moveables Objekte machen das Spiel sehr viel spaßiger. Das Spiel ist deutlich performanter und natürlich auch deutlich stabiler. Das ist auf jeden Fall ein absolut schönes Ding hier gewesen bis dato. Nicht vergessen, Leute. Shotguns, egal. Immer schön Double Key auf den Gegner rauf. Ne? P90. Tech Pump. Braucht ihr nicht. Einfach nur P90 oder halt die Drum Gun. Und dann schön auf den Gegner drauf, Leute. So macht das Spiel Spaß. Und wenn man dann mal eine dezente Runde hat, dann heißt es direkt, das Game verabschiedet sich. Ist stark. Macht dabei nichts, Leute. Weil es gibt noch 10.000 andere gute Spiele am Planeten. Ja, sehr schön. Ich bin dann jetzt mal an der Stelle, glaube ich, raus. Da muss ich...